Das war nicht aufgenommen gerade, oder? Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Medienrunde nach dem Heimspiel unserer Zebras gegen den SV Waldorf-Bannheim. Herzlich willkommen den beiden Trainern, Patrick Glöckner und Pavel Dotschev. Patrick, bitte dein Kommentar zu diesen 90 Minuten. Vielen Dank erstmal und schönen guten Tag an alle. Es war ein erwartet schweres Spiel. Es war ein Spiel, bei dem zwei Mannschaften versucht haben, spielerische Lösungen und spielerische Ansätze zu wählen und auch umzusetzen. Ich denke, dass wir gut in die Partie reingekommen sind. Wir hatten auch die ersten beiden Torchancen mit Bojamba und Jesper Verlath in den ersten 15, 20 Minuten. Dann machen wir das 1-0, gehen da auch, ich sage jetzt mal, gestärkt weiter in das Spiel rein, kriegen aber drei Minuten später direkt das Gegentor wieder in der Situation, wo Stoppelkamp sich sehr gut löst und wir da, ich sage jetzt mal, auf den Positionen nicht gut aufpassen und ihn da komplett allein im Raum lassen. Das 1-1 hat uns dann so ein bisschen aus der Spur gebracht oder komplett aus der Spur gebracht. Duisburg war dann in der Lage, unwahrscheinlich gute Konter zu setzen und auch Torchancen zu kreieren. Wir haben uns immer wieder in den Konterabläufen das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Gerade in den Zwischenräumen, wie wir das verteidigen oder verteidigen wollten, ist da nicht mehr so aufgegangen in dem Moment. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit die ein oder andere Korrektur vorgenommen und ich denke, die zweite Halbzeit war dann ein viel seriöserer, ein viel besserer Fußball von uns, den wir gewählt haben. Er war nicht so naiv wie in der ersten Halbzeit, dass wir wirklich jeden Konter dann auch direkt wieder als Re-Konter fressen, sondern dass wir eine gute Kompaktheit hergestellt haben, ein besseres Passspiel, nicht so ein verspieltes Passspiel, sondern dann eher auch mal eine Situation aufgelöst haben, indem wir nach hinten spielen, wieder neu aufbauen, ruhiger in den Sechser-Bereichen bleiben, sodass wir immer eine gute Balance hatten zwischen Angriff, aber auch einer guten Verteidigung, die dahinter steht, die dann auch die Angriffe fundamentiert in dem Moment, dass die Stürmer dann auch mit einem hohen Selbstvertrauen in die Situation kommen können und sie lösen können. Wenn der Elfmeter nicht gewesen wäre in der 89. Minute, denke ich, geht das Ergebnis absolut in Ordnung. Das 1 zu 1, wie gesagt, ein fußballerisch gutes Drittligaspiel. Aber wenn du dann natürlich so einen Elfmeter hast und den dann in der letzten Minute nicht nutzt, dann ist das natürlich ein bisschen traurig, weil du halt nah dran warst. Aber nochmal, alles in allem, der Schütze, dem darf man da auch keinen Vorwurf machen, der übernimmt die Verantwortung in dem Moment und das ist allererst mal anzurechnen. Und dann geht der Ball rein oder er geht nicht rein. In Dresden ist er reingegangen, heute ist er nicht reingegangen. Natürlich hätten wir uns über die zwei Punkte mehr gefreut, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, können wir mit dem Ergebnis hier gut leben. Wenn man auch bedenkt, dass der MSV Duisburg die letzten vier Heimspiele gewonnen hat und wirklich auch eine sehr gute Mannschaft und mit Pavel eine sehr gute Struktur bekommen hat und auch vom Selbstvertrauen momentan sehr viel zehrt, dann ist es ein Ergebnis, wie gesagt, mit dem wir hier leben müssen und auch können. Vielen Dank für Duisburg noch weiter. Alles Gute, Pavel, für dich und deine Mannschaft und bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank, Patrick. Pavel, bitte. Ja, ich denke, dass Patrick das so gut analysiert hat, dass ich kann nur sagen, ja genau, also ich kann mich nur anschließen. Es war wirklich ein sehr intensives Spiel, ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Beide Mannschaften wollten Fußball spielen. Wir haben auch versucht, von vorne an die Mannschaft von Mannheim früh zu attackieren, zu stören, dass die nicht langfristig in eigener Hälfte bei uns bleiben, weil die sind unheimlich spielerisch stark und immer Kurzpassspiel, immer unter Bedrängnis sind in der Lage, auch das aufzulösen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen sie weit weg vom Tor halten. Erste drei, vier Minuten, ein bisschen auch mit Glück, aber auch können natürlich, das ist das, was die auch gut machen, antrieben, passen in der Tiefe, nachkommen, ein bisschen so, wie gesagt, schon diese Laufwege in der Tiefe. Und dann haben wir zweimal Glück gehabt und dann auch das Gegentor, auch sofort bei Estes Stellungsfälle, die wir gemacht haben hinten, dann sofort haben wir das Gegentor kassiert. Und das Gute dabei war, dass wir auch jetzt nicht zusammengebrochen sind, weil vorher war auch so gegen Türke, haben wir auch 2-0 zurückgelegen und die Mannschaft ist zurückgekommen. Deswegen war ich auch zuversichtlich, dass wir nach dem 1-0, dass wir noch in der Lage sind, auch noch ein Tor zu machen. Das haben wir auch geschafft und bin der Meinung, dass wir eine sehr starke Phase hatten nach dem Gegentor. Auch einige gute Chancen kreiert haben wir nicht geschafft, 2-1 zu machen. Zweite Halbzeit, die Mannschaft von Mannheim war ein bisschen strukturierter, ein bisschen besser, hat ein bisschen mehr Ballbesitz, mehr Entlastung. Wir haben so sporadisch eine und andere gute Aktionen gehabt, aber nicht sauber bis zum Ende gespielt. Und dann nicht nur das, dann auch noch der Elfmeter. Da kann ich dich nur korrigieren und verbessern. Das war nicht ein Elfmeter, das waren zwei Elfmeter. Der Nachschuss. Genau, also der könnte auch sitzen. Und von daher wäre es für meine Mannschaft sehr, sehr brutal gewesen, wenn wir so eine geschlossene Mannschaftsleistung heute nicht belohnen können. Deswegen bin ich mit dem Punkt zufrieden und mit der Leistung. Also natürlich, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir brauchen viele Punkte. Aber wir müssen jetzt das Spiel auch realistisch betrachten und sagen, das ist absolut fair. Und von daher, für mich geht alles so enorm noch. Dankeschön. Vielen Dank, Pavel. Ich schaue nochmal zu meinem Kollegen Janne Bergweg. Fragen an Patrick Glöckner haben wir nicht. Wir haben ein paar an Pavel Dotschef bekommen. Dustin Patschula von den Extra News fragt nochmal, wie siehst du die Gesamtleistung der Mannschaft, das Zusammenspiel der einzelnen Teile und sprechen ein schneller Ausgleich von Stoppelkamp und der gehaltene Elfmeter durch Leo Weinkopf dafür, dass das Team im Endspurt der Saison an seine Grenzen geht oder über seine Grenzen geht. Ja, wir gehen momentan an unsere Grenze. Wir sind am Limit. Es sind nicht so viele Reserven, die wir noch haben. Also heute war auch wieder so ein Spiel. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles versucht. Und das ist das, was wir momentan bringen können. Und das ist für mich eine sehr gute Mannschaftsleistung. Und wir kompensieren sehr, sehr viele Defizite, die wir jetzt vielleicht haben, auch mit der Einstellung. Und das ist für mich A und O. Und wenn wir weiter so machen, dann bin ich mir sicher, dass wir die nötigen Punkte hohen werden. Und was die Mannschaftsleistung betrifft, heute auch Cepanjak war für mich auch eine positive Überraschung. Nicht, aber der hat schon sehr, sehr souverän seine Aufgabe erledigt auf der Seite. Und die Viererkette, Kembalis und Dominik Schmid, man sieht schon, dass die schon etwas angespielter sind, dass die sich gefunden haben. Leider jetzt, Dominik Schmid fällt jetzt aus durch die gelb-rote Karte. Die zweite gelbe Karte kann ich akzeptieren. Erste nicht so sehr, aber ich glaube, das interessiert eh keiner. Und im Mieterfeld ist auch jetzt viel, viel besser auch das, was Anlaufen betrifft, diese Vorrücken. Also wir haben uns schon in vielen Bereichen verbessert, aber wir sind noch kein jetzt Juba-Mannschaft. Wir wissen, ich habe das auch letztes Mal gesagt, um gut zu bleiben, müssen wir uns verbessern. Und das heißt, diese Woche geht es nicht anders, als an unseren Qualitäten und auch unsere Spielweise zu arbeiten und uns zu verbessern. Aber ich bin insgesamt mit dem gesamten Bild von der Mannschaft sehr, sehr zufrieden und bin damit einverstanden. Der Gretzler von der NRZ fragt, wie du die Verletzung von Arne Sickert einschätzt und warum du dich doch schon heute dann für Vincent von mehr im Kader und kurz vor Schluss auf dem Platz entschieden hast. Ja, also die Verletzung von Arne Sickert ist ja nicht so schlimm. Aber ich wollte jetzt nicht riskieren und einen Spieler bringen, der nicht bei 100 Prozent ist. Erstens spielt er vielleicht nicht gut und zweitens fällt er dann länger aus. Also sowas wollte ich nicht haben. Und ich muss jetzt diese Woche abwarten, Mittwoch, Donnerstag, eventuell Donnerstag, werden wir einen Test machen. Und dann müssen wir dann sehen. Aber er hat ein bisschen gereizte Adduktoren und das ist jetzt bei den Plätzen nicht so dramatisch, nicht so schlimm. Also ich hoffe, dass er bald wieder ist, vielleicht auch für Dresden, mit kleinen Fragenzeichen. Und was war die andere Frage? Es ging um Vincent Vermeil. Ach so, Vincent Vermeil. Ja, das war die Abwägung zwischen ihm und Maxi Milan Jansen. Das waren die zwei Spieler, die ich als Option hatte. Ich habe mich für Vermeil entschieden, weil ich glaube, erst mal für meinen Kollegen ist ein bisschen mehr Respekt zu verschaffen. Und ich denke schon, dass er als eine Option für mich, zusätzliche Option für die Offensiven, genau das war auch mein Gedanke, dass der Orhan ein bisschen mehr diese offensive Mittefeldpartie übernimmt und Vermeil der Stoßstürmer. Und wir haben schon gute Offensive draußen gehabt. Orhan, Demi, Vermeil, Leroy, Mikkels. Also von daher war schon, was unsere Offensive betrifft, waren wir gut besetzt heute. Defensiv war ein bisschen zu dünn. Und ich habe auch gesagt, da darf nicht so viel bei uns passieren. Und heute ist ja die Geprote Karte passiert. Ich hätte noch drei Fragen mehr, aber die hast du alle schon beantwortet. Von daher können wir uns das schenken. Patrick, vielen Dank für die Geduld. Euch beiden vielen Dank. Tot, tot, tot in den kommenden Wochen. Guten Nachhauseweg. Und nächstes Jahr wieder in diesem Theater dann hier. Danke. Sonniges Wochenende. Schönen Tag. Danke. Vielen Dank.